Es ist schon ziemlich alt. Okay, ich probiere jetzt mal die McLaren wieder. Geht schon auf das nächstes Game. Es ist halt echt zart, wenn es da irgendwie zwei Leute vor dir hauen, kannst du eigentlich kaum was machen, weil du brauchst drei Magazine, bis du einen Meier machst. Ja, du musst bei den Ecks hinlaufen, schießen, damit du schnell wieder weglaufen. Das hat sehr viel mit Bewegung zu tun. Ich wollte sagen, du musst mit dir beste Möglichkeiten machen. Vielleicht mit der Hand. Bewegung. Es sind halt auch 20.000, sind halt... Test. Test, Test, Retour. Ja, passt. 20.000 zweimal das Machen ist halt schon sehr zart. Sie hätten das auf drei Mal, dass du es machen musst, machen und sollten. Ja, der nächste Spielmodus ist so, dass du so viel Geld verdienen kannst, wie du willst. Wie du willst? Ja, in der Zeit. Das gibt es immer irgendwie einen Fold auf dem Windows. Okay. Du kannst irgendwie auch Teile nur rüber cashen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, dann ist das noch komplizierter. Ich checke den nächsten Mod nicht. Den checke ich jetzt schon. Ja. 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 Wir beide 줘. Wahnsinn! Die Allen dividieren! Dornieren. Dornieren. Dornieren? Dornieren, Banborger! Dornieren, Ici? Dornieren, Eyelater! Nicht einfach oder so? Die assortieren! Sie müssen die Geil wäre noch, wenn du das in 380 machst und deinen eigenen Namen da aussuchen kannst. Das wäre noch geil. Ja, wäre kaum, ja. Dass er da hinten greift die... Zu weit oben? Ja, ich bin sogar richtigen Stock gelandet. Das ist da drüben. Shit, 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 nooo! Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten! Da ist noch einer, noch einer. Achtung hinter dir, Chris. Ich hab ihn. Okay. Noch einen, noch so einen Motherfucker. Oh. Da hofft ihn. Fuck, ich war schon oben. Wissen Sie, was ein geiles Spiel ist? Warum spielst du das nicht? Call of Duty DMZ? Warum sagst du immer irgendwelche andere Spiele, während wir so gehen, was du spielst? Ja, weil es einfach bessere Spiele gibt als ich. Warum spielst du das nicht? Die Teamrollers haben respawned. Let's see, wie sie nachher zurückflogen. Warum bist du da durchgegangen? Wißt du, wirst du wegnehmen. Warum bist du wegnehmen? Nein, wir sind zu Hause! Was war da jetzt noch keiner beim Volt, oder? Ich habe einen Kackshot gemacht. Ja, ich weiß nicht. Fuck. Ich stehe mal aus. Das heißt, wir sind draußen, oder was? Ja, jetzt bin ich wieder da. Wo bist du jetzt wieder da? Ach. Ich muss mal probieren, oder? Ich bin oben, mein Cashout. Oh-oh, Alex ist tot. Ich bin tot. Aber ich habe einen mitgenommen. Ich habe zwei mitgenommen. Ich bin mit dem Cashout. Ja, sehr gut, ich bin gestorben. Ich habe einen mitgenommen. Jawohl. Die laden dann wieder auf. Shit, 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 shit. Ich bin leider tot. Ja, ich habe noch. 3, 2, 1. Ich bin wieder da. Die erste Cashout für die Blatt. Ja, ich bin dort. Was ist irgendwie so Gas mehr? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Der ist Campus, eh. Was ist das mit dem Laser aus dem Orbit? Wenn man länger stehen bleibt, wird man gelasert. Auf einem Gebäude. Dann hat sich die Magistis gebraucht. Wenn man das mehr macht will. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yes. Holt euch das. Ich seh nichts, ich seh nichts. Holt euch das Cash, holt euch das Cash. Gibt das? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Fuck. Bist du teppert? Wir haben es. Wir sind jetzt wir im Moment. Wir sind Team. Boah, 10.000 drin. Ja, aber wir haben 10.000 drin. Ja, immer noch was. So, hier. Wo ist man? Da vorne, 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 vorne. Alter, das gibt es nicht. Wie viel habe ich denn abgenommen, man? Wir sind gleich hinter dir. Achtung hinter dir. Hier ist schon wieder einer. Ein Pinker. Lauf dir hinterher und schießt irgendwelche Messer nach. Zwei sind hinter dir. Lauf, 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 lauf! Ach, scheiße. Ich habe einen abschütteln können. Hier ist erz. Hier fang ich den. Jawoll, 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 jawoll. Geh den, scheiße. Ja. Dimm, 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 dimm. schon, schon, schon. Lauf, dat, ah! Stimmt, stimmst! Stimmt, stimm's, stimmst! Wipe out! Hmmm! Da hat sich Cashband gleich Cash out Wo sind wir da Keine Ahnung Können wir ein Loch in die Wand schießen? Ja, ich Special Delivery Special Delivery Das hat nicht wirklich bespacht Das ist noch ein Stockpuffer, oder? Ja Was ist das? Ja 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 Gibt's ihnen an Wie, wie, wie kommt man da rein? Einfach durchreimen Ja, aber das schießt mich ja nieder, oder? Egal Hinter der, hinter der, hinter der Bei den Revolversteuer Ich hab's gestohlt, ich hab's gestohlt, ich hab's gestohlt Achth, ich, 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 ich halte dir auf, ich halte sie auf, ich halte sie auf, ich halte sie auf, ich halte, ich halt… Oh, das ist... Das ist ein Fan, das ist... Winners! Ja! Sehr gut! Das ist ein gutes Game! Bis zu Teppeln! Ja! Ja! Können sie ziehen tragen Geil! Man kann sie ziehen tragen müssen So kehrt sich das! So muss das!